Hallo und herzlich willkommen zu MTB Freeride, ein kostenloses Game, zumindest ist es bis jetzt noch kostenlos, wenn ihr es austesten wollt. Ich hoffe, der Link ist unten drinnen. In diesem Spiel fährt man einfach mal gemütlich durch die Prärie. Ich meine, sieht das hier nicht wundervoll aus. Das Ganze ist natürlich auf der Unity Engine gemacht, genauso wie Slender. Soll uns das vielleicht etwas sagen? Eigentlich nicht. Also ich muss schon sagen, die Framerate in diesem Spiel ist auch sehr niedrig. Also Spieler mit einem etwas schlechteren PC, wenn das Spiel nicht spielen können. Ich hatte gerade 1000 Frames oder so, habe ich hier oben alle stehen. Aber das zeigt sich hier ein bisschen niedriger an. Ich meine 120. Na, das ist schon wenig. Also ich spüre die Ruckler quasi. Oh mein Gott, die Ruckler. Oh Gott, oh Gott. Habe ich mich jetzt bewegt, indem ich die Maus bewegt habe? Ja, auf jeden Fall geht es hier darum, einfach eine gemütliche Fahrt zu machen und vielleicht unten am Ende des Ziels mal anzukommen. Und... Und ich bin ein Kackbun in diesem Spiel. Reset! Alter! Ich habe dieses Spiel nur ein einziges Mal gespielt. Oder war das auch nicht so schlimm? Okay, und jetzt strengst du dich mal an und machst die Mucke an. Wie fährt man nach vorne? Ich weiß nicht, wie man nach vorne... Achso, mit der... Ah, ah! Okay, ah! Yeah! Wenn das nicht cool war! Hipster Swag YOLO! Okay, also man hängt sich mit den mit den Mauspfeilen, also einfach mit den ganz normalen Pfeiltassen... Au! In die... Alter! In die einzelnen Richtungen und man beschleunigt mit der Vorwärtstasse. Ich hing hier auf WASD. Ah, und mit WASD lehnt man sich nochmal in die Kurven rein und macht solche tollen Sachen! Oh yeah! Können wir auch hinten einfach hier runter... Diesen... Ah! Ich meine vom Berg! Nicht von der Rampe! Von der Rampe runter können, ist ja klar. Vielleicht zum Beispiel hier und... Wenn ich mir wieder ein Fahrrad kaufe, dann klaut mir das bitte! Ich werde mich damit noch umbringen! Das ist ja brutal! Ich war auch einmal auf einer so einer Rennstrecke mit meinem Gammelfahrrad damals. Kein Gammelfahrrad, aber kein Rennfahrrad. Und da war das nicht so schlimm. Mein Gott, man verli... Oh Gott! Du verliest ja komplett die Kontrolle! Hilfe! Ich klebe am Berg fest! Ich wollte eigentlich sagen, ich fall runter, aber irgendwie klebe ich ja fest. Und warum startet die Musik immer wieder neu? Hoffentlich ist da auch kein Copyright drüber! Abkürzung! Oh! Scheißabkürzung! Oh! Au! Au! Mein Bein! Oh, mir geht's wieder gut! Dann benutzen wir doch nochmal wieder die heftige Strecke. Ich glaube, das hier ist die schwerste Strecke, so wie ich das gerade gesehen habe. Vollspeed! Jetzt, dass ich mal die Bremse benutze! Oh Gott! Oh! 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 Ich lebe! Okay, jetzt eine gemütliche Rundfahrt! Denn, ich meine, es klappt doch gerade so gut! So gut! Ah! So gut! Das hat bestimmt wehgetan! Irgendwie... Okay, wir machen jetzt einfach mal eine gemütliche Rundfahrt hier durch den linken Weg. Also, eigentlich ist das der mittlere Weg, aber... Hier kann man doch bestimmt... Bestimmt drüber! Ich bin mir gerade nicht sicher. Vielleicht ist die Musik... Ja, die Musik, die ist alle schuld. Also, wenn die Musik das gerade... Was war das? Ah! Also, ich kann erklären, was dieses Geräusch gerade war. Das sind meine Fahrradfahrtalente und allgemein mein Pro-Gamer-Sinn in Spielen. Der wurde gerade hier in Windows überhaupt erstmal angenommen. Windows 7 ist dafür leider nicht neu genug. Vielleicht sollte ich mir hier dieses bescheuerte Windows 8 kaufen. Dann funktioniert das bestimmt besser. Passt auf, wie ich hier drüber komme! Oh! Das hat tatsächlich geklappt. Ich hatte mich schon vorbereitet, mich auf die Fresse zu legen. Aber dem ist nicht so. Meine Pro-Skills sind jetzt leider aktiviert. Das heißt, der Spaß ist hier vorbei. Und ich bin auch schon auf Vollspeed. Das ist aber jetzt gerade nicht so schnell. Okay. Eigentlich war es schnell genug. Alles in Ordnung. Wieder langsamer! Ich weiß nicht, wo ich hinfahre! Wo ist hier die Handbremse? Oh Gott! Na, wenn ich das Fahrrad nochmal wiederfinde, dann holler die Waldfee. Okay, also mein iPod war das wohl. Meine Pro-Skills. Ja, die... Oh, vielleicht sind sie auch jetzt aktiviert. Da braucht es ja schon ein bisschen mehr, um die zu aktivieren, ne? Das war ja ganz super. Ich probiere es nochmal mit dem Wheelie hier drüber. Das war kein Wheelie, das war einfach... Ich bin nochmal mit dem Fahrrad hier so drüber gestiegen. Oh, ich meine, ist doch auch toll, ne? Okay, eben sind wir rechts rum. Dann fahren wir doch jetzt mal hier ganz gemütlich links rum. Ah, die Leertaste ist die Bremstaste. Wir könnten ja mal probieren, ganz langsam und gemütlich auf die andere Seite der Karte zu fahren. Oder wir könnten auch... Oh Gott! Oh Gott! Mal an einem anderen Punkt aus der Anstation einstarten! Au! Mein Kopf! Ach du Scheiße! Nächster Versuch! Jetzt aber Pro-Nest aktiviert! Pro-Mode! Noch geht's ja. Was kriegen wir alles hin? Kein Problem. Pro-Mode! Deaktiviert! Also, ja... Ich kann das leider nicht steuern, der Pro-Mode aktiviert und deaktiviert sich, wann er will. Komm, aktivieren wir mal Pro-Mode. Oh yeah! So eine heftige Musik, wo wahrscheinlich Copyright drüber ist! Okay, das sagt mir das Copyright drüber. Musik direkt mal wieder ausmachen. Denn wenn da jetzt wirklich Copyright drüber ist, so wie mein Fahrrad mir das gerade gesagt hat, dann wäre das doch natürlich doof. Okay. Jetzt machen wir es so, wie die richtig extremen Profis das machen. Da lassen wir das Fahrrad quietschen. So extrem schnell sind wir gerade. Das könnte so schnell sein, dass ihr das vielleicht sogar schon als langsam wahrnehmt. Da bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich meine, für mich, das ist einfach gerade Hyperspeed. Wir treten hier in den Orbit ein! In den Orbit ein! Ich hätte die Handbremse drücken sollen. Ich weiß ja auch, wofür die Handbremse gut ist. Ich habe beim Fahrradfahren nie die Handbremse benutzt. Ich habe immer, äh, die Rückbremse benutzt. Heißt, einmal zurücktreten und dann blockiert das alles. Fand ich mal viel geiler. Bis wir mal so ein bisschen mit rumgedrückt sind. Das war jetzt absolut nicht arm. Und das hat sich angeht, als ob ich da gerade einen ganzen Truck in die Luft gejagt habe. Aber, verdammt. Gibt es hierbei eigentlich einen Multiplayer-Modus? Das wäre doch eine richtig geile Idee. Wenn man hier einfach durchfahren könnte und das zu zweit und sich dann so selber betteln könnte. Betteln könnte! Ich will nicht mit durch den Wald fahren! Und da, was zur Hölle? Ja, ich glaube, mein Fahrrad ist am Arsch. Was macht der Reifen da? Balanciere dich! Nein! Ja! Oh, das war... Oh, Alter! Habt ihr diesen Trick gesehen? Das ist ja unglaublich... Huh! Was zur Hölle macht das Fahrrad? Ich kann das Fahrrad lenken! Los, Fahrrad! Breakdance! Los! Zeig's uns allen! Gibt Stoff jetzt! Du schaffst das noch bis nach ganz unten! Zieh mich mit! Lass mich wieder auf deinen Sattel drauf und dann legen wir los! Nein! Nicht in den Horizont! Bleib hier! Au! Ah! 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 Voll zwischen die Beine! Du dämliches Fahrrad! Au! Au! Oh! What the fuck! Ich glaube, das Fahrrad wollte mich nicht mehr! Heilige Kacke! Ich mutiere, glaube ich, zu Superman! Oh Gott! Ja, Superman macht sowas tagtäglich! Oh Gott! Meine Prowness! Ich stampfe sie in den Keller! Ich biege jetzt hier rechts ab! Oder auch nicht! Ich lebe! Ich lebe! Kein Problem! Da wäre es aber tief runtergegangen! Kann das sein? Das probiere ich doch gleich nochmal! Mit... Oh! Das brauchen wir sie! Toll! Wirklich! Wenn es einen Führerschein für ein Fahrrad gibt, entzieht mir den bitte! Das geht hier nicht! Oh Gott! Guckt euch das an! Welcher Geistesgestörter fährt hier schon so Fahrrad? Ich meine, das ist auch nicht so unbedingt der sicherste Platz der Welt, an dem man Fahrrad fahren kann! Aber manche Stürze von mir sind schon echt irgendwie erbärmlich! Aber der hier war absolut pro! Ich weiß aber immer noch nicht, was gerade passiert ist, warum ich so weggefetzt bin! Das war übergeil! Und... Merke! Nicht so früh darunter! Das gerade war perfekt, als ich da so lang gegrindet bin an der Ecke! Das war richtig... Pro! Das ist nicht Pro! Das ist nicht Pro! Mein Reifen ist weg! Und jetzt ist der Reifen wieder da? Was soll das hier? So eine dämliche... Dämliche... Kacke! Es wird immer schlechter! Okay, jetzt fahre ich ganz vorsichtig! Fahrnbremse! So eine gemütliche Fahrt! Durch den wilden Westen! Eigentlich nicht durch den wilden... Die kommen ja vom wilden Westen! Bin ich jetzt völlig bescheuert! Okay, ganz vorsichtig! Dann fahren wir einmal hier lang! Checken! Wo das endet! Ja, also meine Fachkenntnisse sagen mir, es endet hier! Da bin ich mir aber auch noch nicht ganz sicher! Wenn ihr euch fragt, warum geht der nicht mal auf die nächste Rampe oder sowas? Äh, ich möchte gerne... Aus irgendeinem Grund... Ich weiß nicht warum, aber dieses Spiel scheint Spaß zu machen... Nein! Äh! Äh! Aber nicht für die Schmerzen! Und vor allem nicht für die Krankenhausrechnung, wenn ich die danach sehe! Denn dieses Spiel scheint Spaß zu machen! Und ich werde... Einfach in jeder Folge von einer anderen Position starten! Aber soweit ich das rausgefunden habe! Heilige Kacke! Wo zur Hölle bin ich? Wo zur Hölle fahre? Wo fliege ich? Au! Ah! Ah, mein Kopf! Hilfe! Ich hänge hier unten! Okay, Pro-Musik nochmal geradeaus! Hö! Hö! Pro-... Ich hätte sie vielleicht anlassen sollen! Okay, jetzt ganz vorsichtig! Ich meine, die Pro-Musik ist aus! Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Ich bin zu Pro dafür! Ich-Ich-Ich weiß nicht, wie ich das mache! Pro! Da rotzt er ans... Alter, wenn ich das im echten Leben könnte! Einfach so'n kleinen Looping, ne? So durch nichts! Du fährst einfach und... Wiu! Machst den Looping! Mach mir den Looping! Los! Oh Gott! Nein, mach mir! Nicht den Looping! Mach mir nen Pudding oder sowas! Ich hab Hunger! Kann ich das Fahrrad noch dancen lassen, um mich wieder wie Superman durch die Map zu porten? Ne, das Fahrrad ist weggebombt! Kann man irgendwie in die dritte Perspektive, oder? Okay, das war Neustart! Man kann, glaube ich... Das war auch Neustart! Nein! Das Spiel ist abgestürzt! Drückt niemals F2, während ihr dieses Spiel spielt! Und jetzt einmal ganz vorsichtig! Denn ich möchte noch eine Runde hier langfahren! Deswegen habe ich das Spiel wieder gestartet! Ansonsten ist es mir noch nie abgeschmiert! Also, auf jeden Fall ein Grund, sich das Spiel mal zu downloaden! Macht auf jeden Fall Laune! Schlägt auf jeden Fall mal 10 Minuten tot! Schlägt auch bestimmt länger was tot! Denn ich meine, ich hab immer noch Spaß da dran! Sonst gab es Spiele, da hatte ich schon nach 10 Minuten keine Lust mehr! Ich hab überhaupt schon mal so eins Let's Played! Alter, geht's hier einfach so... Oha! Da möchte ich... Ah! Nicht runterfallen! Ich wollte mich mit der Maus umschauen! Na jetzt bleib doch mal stehen! Stehen bleiben jetzt! Oh, wunderschön! Und vor allen Dingen diese Löcher in der Bilddatei im Hintergrund! Oh! Oh, wundervoll! Okay, dann fahren wir doch mal hier schön über die Flanke und werden uns einen schönen, gemütlichen Sonntagsspaziergang, so wie Omas, das immer machen! Knappe Sache! Ah! Knappe Sache! Die hab ich mich da wieder aufgerichtet! Wir fahren auf jeden Fall ganz langsam und probieren hier einfach mal komplett durchzukommen! Ist hier überhaupt ein Weg? Das sieht mir nicht nur am Weg aus! Das sieht mir gar nicht nur am Weg aus! Ah! Sonntagsspaziergang! Geschwindigkeit drosseln! Kommandas Bock! Geschwindigkeit drosseln! Geschwindigkeit drosseln! Geschwindigkeit drosseln! Okay, halt! Au! Ah! Mein Bein! Mein Kopf! Meine Kronjuwelen! Nach so einem Sturz musste ja aber alles wehtun! Das war aber nicht eine gedrosselte Geschwindigkeit! Okay, letzter Versuch! Letzter Versuch! Das zählt jetzt nicht! Das war... Das war mies! Sehr mies! Obwohl ich ehrlich gesagt sagen muss, ich würde voll gerne nochmal hier runter drosseln! Aber diesmal das ganze Überleben! Kann man das überhaupt überleben? Was zur Hölle? Ich bin... Warum springst du? Du musst doch mental gestört sein, wenn du dir solche Schmerzen mit deinem Fahrrad zufügen willst! Da gibt es bestimmt schönere Wege, um sowas zu machen! Da musst du... Ah! Mit meinem Fahrrad alle Körperteile abbrechen! Oder... Nein, brechen reicht ja auch schon! Okay, da unten geht es tatsächlich weiter! Aber... Oh Gott! So wird das nichts! Handbremse! Pro-Mode aktiviert! Okay, das schaffen wir! Kein Problem! Habt Vertrauen in mich! Wir schaffen das! Wann haben wir das schon... Alter, das ist der Weg! Wann haben wir schon mal was nicht geschafft? Ganz vorsichtig! Ich glaube, ich habe gerade einfach 90% der Strecke übersprungen! Oh Gott! Und ich denke mal... Ah! Das war's! Von MTB Freeride! Wenn... Ah! Das ist Sparta! Das ist Sparta!